Wenn Sie Ihr Projekt abschließen, haben Sie mit der sorgfältig geführten Belegliste schon einen wichtigen Teil des Verwendungsnachweises geschafft. Drei weitere Teile kommen hinzu, die wir Ihnen hier erklären wollen. Zunächst müssen Sie eine Gegenüberstellung Ihrer geplanten und tatsächlichen Ausgaben erstellen, den zahlenmäßigen Nachweis. Bitte tragen Sie Ihre Stammdaten sowie ein Datum ein. Hier stellen Sie die Zahlen Ihres Finanzplans den Zahlen aus der Belegliste gegenüber. In die Spalte Bewilligt tragen Sie die Summe ein, die Sie im Finanzplan berechnet haben. Daneben stellen Sie unter Verausgabt die tatsächlich ausgegebenen Mittel, also die Summen aus der Belegliste. Es wird in beiden Fällen die Gesamtsumme der personenbezogenen und sachbezogenen Ausgaben berechnet. Auch für die finanziellen Eigenmittel nehmen Sie diese Gegenüberstellung vor. Es handelt sich hier ausschließlich um den Wert der finanziellen Eigenmittel und nicht um ehrenamtlich geleistete Stunden. Diese werden an anderer Stelle belegt, im sogenannten Nachweis über die ehrenamtlich geleisteten Stunden. Es empfiehlt sich, auch diese Aufstellung wie die Belegliste schon während des laufenden Projekts zu führen. Bitte nutzen Sie für jede Person eine neue Spalte und füllen Sie die Zeile vollständig aus. Eine Bündelung einer Personengruppe wie etwa der Vorstand oder zehn Mitglieder ist nicht ausreichend. Wenn eine Person unterschiedliche Tätigkeiten ausführt, empfiehlt es sich, für jede Tätigkeit eine neue Zeile auszufüllen. Im Felddatum können Sie ein konkretes Datum oder einen Zeitraum angeben, der sich auf die Tätigkeit bezieht. Die Tätigkeiten dürfen allerdings nicht vor Beginn des Bewilligungszeitraums liegen. Antragstellung und Vorplanung des Projekts können ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Geben Sie im Feld Tätigkeit konkret und in Stichworten an, was geleistet wurde. Der letzte Teil des Verwendungsnachweises, den Sie erbringen müssen, ist eine Online-Umfrage. Dort schildern Sie den Verlauf Ihres Projekts, heben Erfolge hervor und können mögliche Abweichungen von der Planung erklären. Alle Projekte, deren Antrag vor dem 18.07.2022 eingegangen ist, erhalten einen Link zur Online-Umfrage von EDOKULT. Wenn Ihr Projekt nach dem 18.07.2022 beantragt wurde, werden Sie rechtzeitig über den Ablauf Ihrer Online-Umfrage informiert. Noch einmal zusammengefasst. Ihr Verwendungsnachweis besteht also aus vier Teilen. Belegliste, zahlenmäßiger Nachweis, Beleg geleisteter ehrenamtlicher Stunden, Online-Umfrage. Diese Unterlagen reichen Sie digital bei uns ein, sodass wir mit der Prüfung beginnen können. Bei Nachfragen oder fehlenden Angaben setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Sämtliche Belege, zum Beispiel Ihre Ausgaben, Verträge, Angebote und Vergabevermerke, müssen bis zum 31.12.2028 aufbewahrt werden. Bitte senden Sie uns diese nicht unaufgefordert zu. Im Falle einer vertieften Prüfung könnten diese von uns angefordert werden. Prüfung Untertitelung des ZDF, 2020